von hier aus kannst du mit deinem Gummijet in neue Welten reisen oder du lässt deine Kreativität freien Laufen und baust mit dem Gummieditor deinen eigenen Gummijet Wege in neue Welten haben sich aufgetan um zu einer neuen Welt reisen zu können musst du sie zuerst mit deinem Gummijet erreichen sobald du einmal dort gewesen bist kannst du hier in diese Welt teleportieren das Bistro wurde freigeschaltet ja ja das wissen wir der Gummiladen wurde freigeschaltet im Gummiladen kannst du Teile kaufen die du zum Bauen deines eigenen Chats nutzen kannst Ok Hauptmenü Hauptmenü nachdem du im Menü Aufbrechen ausgewählt hast wählst du ein Reiseziel auf der Karte aus wenn du möchtest kannst du mit 4-Eck drücken um irgendwo eine Wegmarke zu setzen du siehst die Position der Wegmarke während des Flugs und kannst sie zur Navigation nutzen was sind das für Welten ich sehe es gerade vollkommen nicht was die sind noch versperrt Königreich von Corona Level 14 Twilight Town Olymp Spielzeugkiste ja gut dann gehen wir hierhin und erst spät nach Corona ja setzen wir die Wegmarke und gehen weiter so dahin geht's so dahin geht's ich schalte so viele Gegner wie möglich aus ok siehst du hierhin auf siehst du siehst du siehst du siehst du siehst du So langsam muss ich aufpassen. Ich habe schon fast keine Punkte mehr. Was ist das denn? Das ist egal. Das ist egal. Ich schalte den Gegner so schnell wie möglich aus. Man merkt langsam, dass ich hier schon etwas mehr Feuerkraft habe. Und auch etwas mehr Angriff. Wow. Und auch ansonsten mehr Feuchte von allem. Boah. Scheiße. Dann starten wir halt noch ein. Okay. 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 So, noch 33 Gegner. Verdammt. Ah, die bringen mich jedes Mal um. Es ist nicht jedes Mal die hier. Okay, nochmal. Mal. Ah, verdammt. Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es will es nicht fotografieren. Es will es einfach nicht. Keine Ahnung wieso. Ah, jetzt geht doch. Man muss auf den Agerug ran und dann rauszoomen. Lustig.